Sie angeheuert hat und warum. Und wenn Sie Robin Moores Datenarchiv haben, umso besser. Scar, sieht aus, als wären die Gesetzlosen überfallen worden. Wie schrecklich. Ich bin am Boden zerstört. Es muss Hinweise darauf geben, wer Sie angeheuert hat. Vorausgesetzt, die Scar haben nicht alles zerstört. Dann erledige ich sie besser früher als später. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Diese Scar gibt mir die Kretze. Ich schau mich etwas um. Mal sehen, ob ich was finden kann. Troy, wir sind unterwegs zum Job. Habt die Karte bei deiner Ausrüstung gelassen. Code-Wort ist Surfsalat. Ich weiß, es ist Drecksarbeit. Aber das Geld stimmt. Und wir sind fast fertig. Bring schwere Geschütze und versuch, unterwegs nicht die Scar aufzuschrecken. Ich muss diese Karte finden. Das ist es. Das ist die Karte zum nächsten Job. Inklusive verschlüsselter Anweisungen. Es ist eine Substitutionsschre. Mithilfe der Code-Phrase kann ich die Position herausfinden. Die Aufnahme sprach von Drecksarbeit. Wir müssen sie aufhalten. Bist du bald da? Beruhige dich. Fliegen dauert. Ich hab nur so ein schlechtes Gefühl bei diesem Job der Gesetzlosen. Verdammt! Das war ein Arkanistenlager. Wie konnte ich das nur vergessen? Hier wimmelt es von Gesetzlosen. Du musst sie ausschalten und sicherstellen, dass es den Arkanisten gut geht. Das war ein Arkanisten gut. Ich hab nur so ein Arkanisten gut entschieden. Aber ich hab auch schon jetzt gesagt, dass es die Karte ab ausfälligend ist. Aber ich habe später die Kochen wieder hochgedeckt. Leise gar nicht so ein Arkanisten gut für dich. So will ich dir die Karte erhebel? Das war's. Die Gesetzlosen sind erledigt. Hast du schon die Arkadisten gefunden? Ich habe die Arkadisten gefunden. Sie wurden umgebracht. Verdammt! Warum? Hier ist eine Aufnahme. Der Läuferjob war ein Fehlschlag. Ich gebe euch eine letzte Chance. An diesen Positionen werdet ihr Arkadistenlager finden. Beschafft ihre Forschungsergebnisse. Keine Überlebenden. Wenn ihr wieder versagt, kriegt ihr es nicht mit mir, sondern mit meinen Vorgesetzten zu tun. Das ist er. Der Typ, der Matti fast umgebracht hätte. Vorgesetzten? Er führt nur Befehle aus? Wie tief geht das Ganze? Weißt du, was ihr nächstes Ziel ist? Nein. Ich suche weiter. Ich habe noch eine Karte gefunden. Ich weiß, wo sie die Arkadisten angreifen wollen. Und ein Datenarchiv. Alt. Warte mal. Was ist das? Das ist Robin Moe's Datenarchiv. Matti wird sich freuen, aber das Archiv kann warten. Es stehen Leben auf dem Spiel. Du weißt, wohin sie unterwegs sind. Du musst dahin. Schnell. Hast du eine Ahnung, warum jemand Matti tot sehen möchte? Als jemand, der mit Matti zusammenlebt? Ja. Ja, das habe ich. Du weißt, was ich meine. Nein. Die ganze Sache stinkt. Matti glaubt, dass ein akademischer Rivale dahinter stecken könnte, aber... Wir hatten schon früher Rivalen. Aber kein Konkurrenzkampf endete je mit einem Mordversuch. Das ist einfach nicht die Art der Arkadisten. Verdammte Mörder! Schaltet sie aus, ehe sie noch mehr Schaden anrichten! Ich sehe sie. Sie sind am Leben. Was ist das? Das war's für heute. Das war's. 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 Mach weiter! Ich bin sicher, dass du bald seine Aufmerksamkeit hast. Ich bin sicher, dass du bald seine Aufmerksamkeit hast. Ich bin sicher, dass du bald seine Aufmerksamkeit hast. Ich bin sicher, dass du den Rest der Bande auch erwischst. Dann können wir herausfinden, worauf sie auf sind. Durchsucht alles! Wir müssen wissen, worauf sie auf sind und warum sie Akanisten töten. Ich habe noch eine Aufnahme gefunden. Finde die Artefakte von Robin Moore. Bringen sie zu mir. Moor hat seine Geheimnisse für uns verborgen. Für diesen Affront hat er mit seinem Leben bezahlt. Ihr werdet dasselbe Schicksal erleiden, wenn ihr das Symposium von Anshar enttäuscht. Das ist er. Er steckt hinter all dem. Er ist nie hier gewesen. Alles war umsonst? Nein, nicht umsonst. Wir haben Mos Archiv. Wir haben Leben gerettet. Aber das Symposium von Anshar. Das bedeutet, sie haben Moore getötet. Vor Ewigkeiten. Aber es gibt sie überhaupt nicht. Wie meinst du das? Die Leute sagen, dass es eine uralte Gesellschaft von Akanisten sei. Aber komm einfach zurück zum Vor. Hier können wir in Sicherheit reden. Untertitelung des ZDFs von Strobe Schicksal상 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.